Ich bin im Parallelbetrieb, also schon mit meinen Freunden und Gästebucheinträgen und Nachrichten und Forum aus der Originalversion und es läuft alles ziemlich super. Auch mit der neuen Navigation oben bin ich ja ziemlich begeistert heute oder gerade eben konnte ich zum ersten Mal den Newsfeed testen, damit man selber ähnlich wie Twitter Einträgen reinschreiben kann und das gefällt mir. Man sieht so hier und da noch, dass ein paar Grafiken, dass eben ein paar Leute die Hintergrundwilder für irgendwelche anderen, für die alte Version eingestellt waren, aber das wird sich dann in einem neuen Betrieb ändern. Was ich erstmal super fand, wenn ich auf meinem Profil, wie da habe ich gerade eben geschaut und habe auch schon mal die anderen die ganze Zeit geschaut, ist, wenn ich dann hier auch über mich klicke, die ganzen Statistiken meiner Online-Settel-Profil-Abrufe. Ich war bis jetzt zwei Monate schon online, das ist wirklich unglaublich, hatte knapp 40.000 Profilabrufe und ca. 7.000 Gästenbucheinträge erhalten, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend und habe auch erstmal gleich bei den anderen geguckt, wie das da aussieht. Vielleicht für mit Abstand der ja Community-Süchtigste hier. So, gefällt es ja nicht. Ungewohnt. Nicht so schön? Anders. Bis jetzt noch sehr ungewohnt, aber man gewöhnt sich bestimmt dran. Okay. Gehe ich stark von aus. Ich werde mich jetzt erstmal damit beschäftigen, hier einen Überblick über die Navigation zu erlangen, aber grundsätzlich bin ich von dem neuen Design und den neuen Features sehr angetan. Also mir gefällt es auch ganz gut. Ich habe gerade mal Twitter-mäßig meinen ersten Eintrag hier geschrieben, das erscheint auch gleich im Newsfeed, Jubel, Bekundung, neue Version. Was ich auch sehr geil finde, ist, dass ich jetzt Fotos von anderen Leuten habe. Also ich gehe jetzt mal hier auf Pyamir. Ich hoffe, die hat Fotos online. Gucke mal auf, naja, natürlich keine Fotos online. Dann gucken wir mal bei Elmo. Ich gucke mir die Fotos an. Man kann, man kann, wenn irgendwelche Fotos von Bell, kann dann hier Bens Fotos kommentieren. Schreibe an, er ist zu dich ja aus dem Typ. Und das sieht man dann, das finde ich super cool.